eine kleine, simple Retouche durchführen. Und zwar werden wir einfach ein kleines störendes Element im Hintergrund entfernen, um das ganze Bild so ein bisschen zu beruhigen. Und im Grunde geht es genau um dieses Bild. Wir werden hier einmal diesen Schriftzug und diesen kleinen Bubbel hier entfernen und wir werden wahrscheinlich das hier noch ein bisschen korrigieren. Entweder nehmen wir das hier komplett raus oder wir werden mal gucken, wie wir das hier relativ einfach weiterführen können. Also an sich keine große Sache, aber ich glaube, das tut dem Bild ziemlich gut, das Ganze ein bisschen aufzuräumen. Das Erste, was ich mache, ist, ich lege mir über mein Action-Plugin einmal die Workflow-Vorbereitung an. Das ist mir letzten Endes einfach nur eine Aktion, die unterschiedliche Ebenen und Gruppen schon so erzeugt, wie ich sie brauche. So, gehen wir mal auf die Retouche-Ebene, denn ich werde das Ganze non-destruktiv machen. Das heißt, auf einer neuen Ebene, quäl dich nicht ab. Wenn das noch ein bisschen zu weit für dich ist, du vielleicht dieses ganze Konstrukt mit Ebenen und so weiter noch nicht ganz verstehst, dann nimm dir einfach deine Original-Ebene, zieh sie per Drag & Drop unten auf das Plus-Symbol, um ein Duplikat davon zu machen. Eine Sicherheitskopie. Bitte niemals auf dem Original arbeiten, weil wenn du dich dann mal vertüdelst, hast du ein Problem, weil dann kommst du nämlich nicht so einfach mehr zurück. Okay, also nicht krampfhaft versuchen, auf einer extra Ebene zu arbeiten. Wenn das noch ein bisschen zu weit ist, dann gar kein Problem. So, zoomen wir mal etwas rein und ja, jetzt gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich werde zum einen mal das Bereichsreparatur-Werkzeug nehmen, ein bisschen kleiner und werde mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier über den rechten Bereich einfach mal rübergehe und Photoshop selbst die Macht überlasse, das Ganze zu bearbeiten, zu füllen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das heißt, mit dem Bereichsreparaturpinsel einfach einmal drüber gehen und Photoshop hat das hier recht gut erkannt. Wir haben hier so einen kleinen Schnitzer, so eine kleine Kante, die wir aber noch recht einfach korrigiert bekommen. Das gleiche wird auf der linken Seite nicht so einfach funktionieren. Und das möchte ich dir zeigen, indem ich einfach eine weitere Ebene anlege, dass ich halt die zwei Retusche-Steps voneinander getrennt habe und werde jetzt hier einmal drüber gehen. und jetzt kommen wir in den Bereich Haare und das ist nämlich der türkische Bereich, der uns jetzt gleich... Naja, wobei, das ist ja gar nicht so schlecht. Wobei, das hier unten, das würde ich jetzt wieder rausnehmen. Also man könnte es sogar drin lassen. Würde, glaube ich, gar nicht so wirklich auffallen. Aber ich möchte nicht die Haare in dem Bereich noch erweitert bekommen. Also, deswegen, ich lege mir mal eine Ebene-Maske an, nehme mir den Pinsel, Taste B gedrückt, schwarze Vordergrundfarbe und werde jetzt hier unten das Ganze wieder wegnehmen. Naja, das hier oben, das darf gerne bleiben, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber hier unten möchte ich das dann doch anders haben. Also, ich lege mir eine weitere Ebene an, nehme mir den Kopierstempel mit der Taste S und werde jetzt mal versuchen, hier das Ganze zu vervollständigen beziehungsweise mit dem Kopierstempel zu entfernen. Und das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Na, vorher, nachher. Wir könnten jetzt hier auch nochmal eine kleine Ebene-Maske anlegen und jetzt hier mit schwarz noch die Außenkontur wieder ein bisschen zurückmalen. Ja, so sieht das doch ganz gut aus. Ganz kurz nochmal erklärt, Ebenemasken funktionieren so, alles was weiß ist auf der Ebenemaske, blendet die davor geschaltete Ebene in den Bereichen ein. Alles was schwarz ist, wird in dem Bereich ausgeblendet. Das heißt, wenn wir halt eine Korrektur in das Bild malen, dann eine Ebene-Maske anlegen und dann mit schwarz auf dieser Ebene-Maske arbeiten, dann können wir dort eingreifen, wo wir uns beispielsweise vermalt haben. Okay, das mal ganz kurz erklärt, wie eine Ebene-Maske funktioniert. Das ist dann doch schon recht praktisch, damit zu arbeiten. So, ich lege mir eine weitere Ebene an. Ich bin jemand, der das gerne sehr separat hat, so ziemlich separat hat, und lege mir mit dem Kopierstempel, nehme ich mir die Quelle auf, Alt-Taste gedrückt halten, und jetzt gehe ich hier wieder rein. So, hier müssen wir mal gucken. Ich werde jetzt hier einmal direkt drüber gehen, und werde jetzt die kleinen, aber feinen Härchen verlieren. Müssen wir mal gucken, ob uns das stört oder ob das gar nicht so auffällt. Ich finde, das fällt gar nicht so auf. Ich finde, was eher auffällt, ist, dass wir hier jetzt so eine kleine Kante haben, deswegen würde ich eine weiche Pinselspitze nehmen, hier oben nochmal Quelle aufnehmen und jetzt das Ganze nochmal etwas aufbrechen, diese Kante. Genauso wie hier oben. Zack. Wir müssen natürlich aufpassen, also nehmen wir uns mal die Retuschegruppe, ein- und ausblenden, dass wir jetzt, wie gesagt, nicht irgendwo so eine harte Kante haben, sondern, dass das Ganze harmonisch letzten Endes nach unten läuft. Und ich finde, das tut dem Bild schon ziemlich gut, das beruhigt das Ganze so ein bisschen und jetzt können wir mal nach hier unten schauen, was wir hier machen. Also wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ich werde diese ganzen Ebenen jetzt einmal zusammenfügen in eine weitere Gruppe und sage, nennen wir es einfach mal Hintergrund. Jetzt lege ich mir eine weitere Gruppe an, die nenne ich einfach Leiste und in der Leiste kommt eine neue Ebene. Also letzten Endes einfach nur ein bisschen Verordnung sorgen und mehr ist es nicht. Und jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir sorgen dafür, dass die Leiste rauskommt. Das würde ich jetzt eventuell auch mal über den Bereichs Reparaturpinsel versuchen. Also einmal hier drüber malen und gucken. Das würde ganz gut funktionieren. Jetzt müssten wir hier noch ein bisschen weiter gehen und müssten jetzt diesen Bereich noch ein bisschen säubern. Ich würde die Leiste aber sogar drin lassen. Das heißt, ich markiere mir alles auf der Ebene, drücke einmal die Löschen-Taste, dass ich die ganze Ebene wieder geleert habe und möchte jetzt diesen kleinen Bereich einmal weiterführen. So, und dafür nehme ich mir einfach den Kopierstempel, 100% Deckkraft und werde jetzt hier mir die Quelle aufnehmen und bringe die jetzt hier einmal ins Spiel und erweitere das Ganze jetzt einmal. jetzt habe ich hier ein bisschen übermalt, kein Problem, Ebene Maske dran, Pinsel nehmen, schwarze Vordergrundfarbe und jetzt die Linienführung wieder aufgreifen, um das Ganze zu korrigieren. So, jetzt nehme ich mir nochmal den Kopierstempel, 20% Deckkraft, weil wir haben ja hier eine Doppelung. Wir haben hier zweimal die gleiche Textur und die müssen wir natürlich aufbrechen, damit das Ganze nicht verräterisch wird und deswegen verändern wir einfach einen kleinen Bereich der doppelten Textur, dass das Ganze gar nicht mehr so auffällt. und das war es auch schon. Ja, man könnte jetzt hier natürlich noch ein bisschen anfangen, das Ganze zu säubern, die kleinen Flecken hier rauszunehmen, aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dem ganzen Look drumherum und ja, in dem Sinne, das war es schon. Mehr wollte ich dir gar nicht zeigen, wie einfach, oder ich wollte dir eigentlich nur zeigen, wie einfach man den Hintergrund bereinigen kann, wie man Elemente rausnehmen kann, um das Ganze so etwas zu beruhigen. Okay? Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal, aktiviere auch die Glocke, teil das Video gerne, falls du der Meinung bist. Das sollten andere Leute auch sehen, sollten auch wissen, wie einfach man Dinge aus Bildern rausretuschieren kann und ja, ich würde mich am meisten freuen, wenn du im nächsten Video wieder einschaltest, guck gerne auf meiner Webseite vorbei, da gibt es einen sehr, sehr ausführlichen Retusche-Kurs, wo wir über, also es gibt insgesamt drei Teile, der erste Teil sind die Basics, das heißt, da erkläre ich dir alle Werkzeuge, die du für die Retusche brauchst, verschiedene Techniken, die man anwenden kann, Frequenztrennung, Dutch & Burner und so weiter und in zwei weiteren Teilen, Teil 2 und Teil 3, geht es dann richtig in die Praxis. Alle Teile gehen mehr als 10 Stunden, das heißt, es ist dein Komplett-Einstieg in die Welt der Retusche mit mehr als 20 Stunden Praxisbeispielen, das heißt, guck gerne auf meiner Webseite vorbei, lohnt sich auf jeden Fall. Okay, in diesem Sinne, wir sehen und hören uns, ich würde mich freuen, wenn du im nächsten Video wenn du mit einschaltest, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.